Danach ein Tecura und einmal Caneloni. Monig und Hibiskuspulver, das gibt eine schöne Säure. Wir bleiben beim Balsamico. Ich wüsste gern, hat's Ihnen geschmeckt oder nicht? Darum geht's nicht. Sie gehören zu meiner Brigade, also befolgen Sie meine Regeln. Okay, das reicht mir jetzt. Ich hab. Arbeit gibt es überall! Du hattest mir irgendwann mal deine Karte gegeben. Ja, hier ist Cathy Marie. Ja, hallo Jerome, hier ist... Ich suche Lorenzo Cardi. Es geht um die Stelle der Chefköchin. Das Restaurant, der charmante Ort. Das ist hier, hier im Heim. Und das heißt? Also das sind Minderjährige, die auf Papiere warten. Migranten. Wir haben ein bisschen extra poliert. Das ist ja die Hölle! Kennen Sie den Zustand der Küche? Na, wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an die Jugendlichen. Die warten nur darauf. Aber das geht nicht, das sind so viele. Ich hab's ja gesagt, Sie sind sehr motiviert. Da hinten gibt es Messer und hier die Sparschäler. Was sind denn Sparschäler? Die können ja überhaupt nichts. Genau. Das ist hinten, das ist vorne. So schützt du deine Finger. Das ist doch wunderbar! Das ist stylisch. Das ist nicht stylisch, das ist dreckig. Na los. Verkauf mir deinen Tartaki vom Kalb. Die Kreuzung zwischen Land und Meer explodiert am Gaumen und rundet die Vorspeise ab. Ich hab nichts verstanden. Ich hab beim Rektorat beantragt, im Heim eine Klasse für die Kochausbildung einzurichten. Denn das sind meine Ambitionen für Sie. Ich will, dass Sie hierbleiben, in Frankreich. Wir sind heute eine Mannschaft. Wir bilden eine Brigade. Los geht's! Ist das allen klar? Ja, Chef! Hat sie ein Problem? Aber nein, keineswegs. Das wird sicher super. Bis zum nächsten Mal.